Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem MOOC zum IT-Recht, der Ihnen als Nichtjuristen einige Antworten geben soll zu Hauptfragen, zu Hauptproblemen, mit denen Sie im Bereich des IT-Rechts konfrontiert werden, wenn Sie als Softwareentwickler, als Softwareengineer, als Entrepreneur in diesem Bereich tätig sind. Wir haben uns dafür neun verschiedene Grundszenarien und Fragestellungen überlegt und haben die zwischen uns beiden aufgeteilt. Mein Kollege Christian Schichowski, Lehrbeauftragter an der Universität Potsdam, wird den Teil Medienrecht, das heißt vor allem die schutzrechtliche Seite, wie Sie Ihre Ergebnisse schützen können und was Sie dabei beachten müssen, übernehmen. Und mein Kollege Anselm Brandi-Dorn, seines Zeichens Dozent hier am Hasso-Plattner-Institut, im Bereich IT-Recht, wird vor allen Dingen die Fragen rund um vertragsrechtliche Probleme im IT-Recht Ihnen näher bringen. Also auch von mir ein herzliches Willkommen. Meine Damen und Herren, nützen Sie die Gelegenheit, ab Mitte September diesen MOOC des Hasso-Plattner-Instituts für sich zu entdecken und nutzen Sie insbesondere auch die Möglichkeit, über das Forum Fragen, die Sie ergänzend zu den Themen, die wir mit Ihnen besprechen wollen, stellen wollen, dort mit Ihren Kollegen zu diskutieren. Wir freuen uns auf Sie bis Mitte September.